Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Und erstmal vorweg, gestern kam keine Folge, ja, das ist mir schon aufgefallen, ja, doch. Ne, gestern kam die Preview von der Stappenbach V2 und ich war ein bisschen spät dran mit der Folge oder mit der Preview und deswegen musste Stappenbach gestern leider ausfallen. Stappenbach, Hausflipper leider ausfallen, aber egal, dafür geht es heute umso besser weiter, weiß ich noch nicht. Wir machen auf jeden Fall weiter, sagen wir es mal so. So, Küche und Wohnzimmer haben wir soweit fertig, bis auf die Deko, aber zur Deko hatte ich euch was gesagt, das ist wie mit dem Flur, den haben wir auch noch nicht fertig. Wir werden uns heute mal Richtung Arbeitszimmer befassen, dass wir zumindest mal die Wände fertig kriegen. Hm, ich muss ganz ehrlich gestehen, so richtig Gedanken darüber habe ich mir noch nicht gemacht. Ich würde gerne mal das zarte Kakao, das zarte Kakao, den zarten Kakao ausprobieren, in Verbindung mit Waldnebel. Ich glaube, das sollte passen. Und ihr merkt schon, wir werden jetzt in Zukunft wohl öfter mal ein bisschen mit Farbe experimentieren. Ich werde mal hier mir den Waldnebel an die Wand machen. So. Und werde das auch mal an diese Wand machen. Und da oben auch. Zack. Und dann werden wir in der anderen Wand die, was war das jetzt? Zartes Kakao. Zarter Kakao, genau. Naja, ihr seht wahrscheinlich einen deutlicheren Farbunterschied. Bei mir ist das Ganze nicht ganz so, äh, wow. Ich sehe, dass die Wand ein bisschen dunkler ist als die. Aber mehr sehe ich da tatsächlich nicht als Unterschied. Äh, so. Und so. Zack. Ja, das passt aber. Und diese Steckdosen da unten, die gefallen mir überhaupt nicht. Die sehen total blöd aus. Diese dunklen. Ich finde, es wird auch Zeit, dass du Steckdosen wirklich mal setzen kannst. Also, die ich selbst dafür entscheiden kannst, so wie für die Lichtschalter, weil das ist, das ist auf Dauer nicht so witzig. So. Zack. Okay. Ähm. Und da das große Fenster. Wir haben zwei große Fenster. Legen wir die Heizung noch um? Legen wir die da rüber? Und ja, ach so, übrigens. Apropos Heizung. Ähm, gab ein Kommentar? Ich, dass man die Heizung hätte dahin machen können? Ja, ist richtig. Ich persönlich mag das aber nicht. Ich persönlich hatte schon mal, oder hab hier bei mir auch, meine Couch mal so stehen gehabt, dass sie genau so stand wie hier. Und da hatte ich aber das Problem, dass hier die Heizung war. Und immer wenn du hier gesessen hast, ähm, ist zwar ganz schön, aber du hast im Winter immer Kopfschmerzen von der Heizungsluft gekriegt. So ist das Ganze ein bisschen angenehmer, so kommt das schön von hinten. Das ist, ist angenehmer. Ist so, so mein Empfinden. Und deswegen hab ich das auch so gemacht, ne? Also das nur mal so am Rande. Und wieso zeigt der jetzt hier Heimkino an? Das ist doch eigentlich die Küche. Ah, muss ich hier doch noch eine Wand einziehen, damit das Ganze ein bisschen getrennt wird? Komm, wir machen das mal. Wir, wir, wir trennen mal Heimkino und Küche. Weil das ist mir schon ein bisschen sehr nervig, dass er mir welche Küche und und Wohnzimmer als Heimkino auslegt. So. Zack. Müssen wir zwar den ganzen Tisch einmal verschieben, aber dann ist das... Ach, was mach ich denn hier? Ach, verdammt, hier muss doch die Tür hin. Ach, sag mal. Also nochmal. So. So. Und so. Oh, guck mal. Da gab es auch gleich einen neuen Fähigkeitspunkt. Perfekt. Äh. Ja, schnelleres Abreißen. So. Eins. Zwei. Drei. Na, komm. Vier. So. Und jetzt steht der Tisch im Weg, ne? Genau. Okay. Erstmal den Tisch hier mal ein bisschen. Zur Seite. Haben wir es so gut gebaut, dass wir... Ich glaube, ja. Ja. So. Jetzt haben wir eine Küche und ein Heimkino. Das Heimkino soll eigentlich ein Wohnzimmer sein, aber na gut. Ähm. Jetzt muss ich nur mal gucken. Was hatten wir hier als Farbe? Oh, oh. Ähm. War das dieses... Ist das das? Nee. 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 Was hatten wir denn da als Farbe? Ei, ei, ei. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wir hatten... Hatten wir leicht... Nee. Wir hatten auf jeden Fall... Rot hatten wir. Und da hatten wir das blutige Rot. Rot. So. So, das blutige Rot. Das kommt dann schon mal über die Tür. So. Das wäre dann schon mal das blutige... Ja, was hatten wir denn da jetzt? Ähm. Nee. Oh, oh. Oh, oh. Sonnengelb, Frühlingsgras, Kaffee, nee, Limone. Ach, du hast es nicht. Ähm. Ich glaube, ich habe ein Problem. Und das Problem ist eigentlich gar nicht so witzig. War das nicht leichter Biskuit? Nee. Es war irgendwas Dunkleres. Oder war das doch Kupfer? Nee, das war nicht Kupfer, oder? Nee, das war nicht Kupfer. Was haben wir denn da genommen? Oh, verdammt mich. Manchmal ist, ähm... Das nicht gerade Lust. Oder hatten wir Beige? Nee. Wahrscheinlich sagt ihr, du bist schon dreimal dran vorbei. Aber für alle, die, die es nicht wissen, meine Farbenblindheit spielt mir manchmal doch da sehr rein, dass es... nicht so ist, wie gedacht. Kann man... Wieso kann man das nicht irgendwie rausfinden? Was habe ich denn da genommen? Ich meine, ich müsste mir jetzt die Folge angucken, aber mitten in der Folge eine Folge angucken, ist auch ein bisschen doof. Limone? Pistazie? Nee, oder? Pistazie ist heller, ne? Dunkler. Glaub ich zwar eher nicht, aber... Nee, ist zu hell. Was haben wir da genommen? Aber die hatten wir schon aus, oder? Da! Da haben wir sie. Leichte... Okay. So. Mann, 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 Mann. So. Besser. Ja, so kann es gehen, Leute. Also, ne? Das habe ich jetzt gerade nicht mit Absicht gemacht, tatsächlich. So. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir die Küche streichen. Ähm... Warte mal, ich hatte da gerade... So, lass uns mal mit Pistazie darüber gehen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Nö, das gefällt mir. So, das haben wir auch gestrichen. Das haben wir auch. Jetzt machen wir hier noch eine Tür. Äh, Tür, Tür, Tür. Weiße Tür. Die muss natürlich so rum. Ist klar, alles andere macht ja keinen Sinn. Dann machen wir noch einen... Lichtschalter hier. Und ein Licht... Ein bisschen zu weit weg, oder? Lichtschalter da. Hier machen wir jetzt aber noch... ...einen Schrank. Machen wir jetzt erstmal... Wir machen jetzt erstmal mit dem Wohnzimmer hier nochmal fertig. Es gab diesen Vitrinen-Schrank. Wo war der Kommode für das Esszimmer? Ist mir ein bisschen zu... Mh... Da. Den meine ich. Gib's den in... Perfekt. Kupfer? Ja, ne? Ja. Davon können wir sogar zwei hinstellen. Davon stellen wir auch zwei hin. Wir stellen einen... ...da hin. Und noch einen... ...ne? Da hin. Oh, jetzt geht das aber... Das geht nicht. Moment. Dann machen wir das so. Ich möchte nicht, dass die Tür da reingeht. Das sieht dann immer so blöde aus. So. Perfekt. Wie gesagt, Deko später. Weil mich das immer noch ärgert, dass wir da keine Blumen draufstellen können. Ach, hier haben wir auch das Problem mit dem Mülleimer. Egal. Egal. Das bleibt jetzt so, wie es ist. So. Das geht. Das geht. Das geht auch. Da können wir da... Können wir hier... Moment. Der ist mir ein bisschen zu weit an der Tür. So. Ja, deutlich besser. Ja, kommt da noch ein schönes Bild nachher drüber und dann passt das. Liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.